Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die Spaltenstatistiken in Google Sheets vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos über Google Sheets, Google Slides oder Google Docs. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Mit den Spaltenstatistiken in Google Sheets bietet dir Google Sheets eine relativ schnelle Möglichkeit, Überblick über die Daten in einer Spalte zu bekommen. Und dafür habe ich hier auch einmal eine Tabelle vorbereitet. Und zwar habe ich hier einfach zufällig Zahlen zwischen 1 und 10 eben eintragen lassen in die Spalte. Das geht runter bis Zeile 1000. Also wir sehen das auch hier. Das geht bis Zeile 1000. Ich habe halt in jeder Spalte, soll jetzt halt einfach zum Beispiel ein verschiedenes Jahr sein. Also wir haben hier die verschiedenen Jahre von 2015 bis 2023. Und quasi jede Spalte könnte sozusagen die Umsätze aufgeschlüsselt in einzelne Transaktionen darstellen beispielsweise. Und dann könnte man sich mit Hilfe der Spaltenstatistiken eben einen Überblick über die verschiedenen Spalten verschaffen, weil diese dann eben ein Jahr repräsentieren. Und wenn wir das jetzt auch einmal machen und die Spaltenstatistiken anschauen wollen, gehen wir auf das Datenmenü und dann auf den Punkt Spaltenstatistiken. Dann öffnet sich hier rechts ein kleines Menü und wir können hier relativ gut schauen. Und das schauen wir uns erstmal an. Hier oben haben wir dann einmal die Möglichkeit, zwischen den Spalten hin und her zu springen. Also wir sehen dann auch hier, Spalte 1 ist quasi 2015, weil das eben in der ersten Zeile steht. Und wenn wir dann hier mit den Pfeilen nach links und nach rechts springen können, können wir eben die verschiedenen Spalten durchspringen, die dann hier eben auch links in diesem leichten Grün quasi markiert werden. Darunter können wir noch einstellen, wie viele Zeilen wir ignorieren wollen. Da drücke ich jetzt einmal auf Plus 1, weil natürlich in Zeile 1 sozusagen die Überschrift steht und wir das Ganze nicht brauchen. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, einmal die Anzahl anzuzeigen. Und da ich jetzt nur Zufallszahlen zwischen 1 und 10 habe, habe ich eben nur 10 verschiedene Möglichkeiten, die auftreten können über diese 1000 Zeilen. Warum überhaupt 1000 Zeilen? Weil diese Spaltenstatistiken immer für die gesamte Spalte gilt. Das heißt, die geht wirklich dann von Zeile 1 bis Zeile 1000 vorerst, außer ihr habt dann mehr. Aber deswegen habe ich eben diese gesamten Zeilen ausgefüllt, weil wenn ich jetzt hier nur die ersten 10 habe, dann bringt mir das auch nicht wirklich viel. Und das ist eben auch wirklich dafür gedacht, wenn ihr relativ viele Daten habt, beziehungsweise viele Dateneinträge eben über mehrere Zeilen, die dann eben die Spalte größer werden lassen. Und jetzt haben wir hier so ein kleines, süßes Diagramm, was uns einfach in der Übersicht anzeigt, okay, wie viele verschiedene, also wie häufig treten die verschiedenen Werte auf. Das ist relativ übersichtlich, weil wir eben nur zwischen 1 und 10 haben. Und da sehen wir eben jetzt zum Beispiel die 1, also 1 Euro tritt hier 94 mal auf und am meisten tritt 10 Euro auf mit 116. Und da das Ganze zufällig verteilt sein sollte im Optimalfall, sieht das auch relativ gut aus, da jetzt kein einziger Wert zum Beispiel signifikant kleiner oder signifikant größer ist. Und wir haben hier nicht nur die Möglichkeit, die Anzahl anzuschauen, sondern auch die Verteilung. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, dass Wert 1 und 2 jeweils 194 mal da ist. Also ihr habt ja dann einfach nochmal eine andere Art der grafischen Darstellung, wie das Ganze eben verteilt ist. Ich finde aber hier die Anzahl deutlich besser, das ist ein bisschen intuitiver zu verstehen. Dann haben wir jetzt hier im nächsten Abschnitt noch die häufigsten Werte und das ist in dem Fall der Wert 10, also der tritt 116 mal auf. Also da haben wir eben auch einen superschnellen Überblick. Zweithäufigster Wert, Wert 6. Und wenn wir jetzt hier über die verschiedenen Werte hovern, dann sehen wir auch, dass die uns grün markiert werden in der Spalte. Beziehungsweise wenn ich jetzt hier einmal die Spalte, jetzt hier einmal Spalte 2023 auswähle, dann sieht man das auch gut, dass hier die verschiedenen Werte eben markiert werden und angeschaut werden können. Also die werden direkt hier markiert und man findet die dann auch schneller wieder. Hier können wir dann eben auch nach Häufigsten und nach seltensten Werten sortieren, aber dadurch, dass wir jetzt hier eben zum Beispiel die Werte relativ gleich verteilt sind, sehen wir die auch überall wieder. Und dann haben wir hier unten noch den Überblick über die Zeilen insgesamt. Also das sind halt 1000 Zeilen, die jetzt in diese Spaltenstatistik reinzählen. Wir sehen auch, dass es 0 leere Zeilen gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur bis Zeile 10 alles aufgefüllt hätte, wären das eben 990 leere Zellen. Wir haben 10 eindeutige Werte insgesamt. Das ist auch logisch, da wir einen Zufallsbereich von 1 bis 10 haben. Die Summe wird hier dann noch aufaddiert. Das ist jetzt hier in dem Fall relativ irrelevant, weil wir summieren hier diese kleinen Euro-Werte auf und das wird dann im Endeffekt eben aufsummiert zu 5670. Der Durchschnitt ist 5,68. Dann wird hier noch der Median berechnet. Ihr habt auch den Minimal- und den Maximalwert. Der ist jetzt hier relativ logisch, weil wir natürlich das Ganze zufällig in dem Bereich von 1 bis 10 machen. Aber wenn ihr jetzt hier tatsächlich echte Werte hättet, dann würdet ihr auch direkt den kleinsten und den höchsten Wert sehen. Und das sind quasi die Statistiken, die eben hier aufgeführt werden über die Spaltenstatistiken. Und hier unten steht dann noch ein kleiner Hinweis, dass eben in allen Statistiken die Daten in ausgeblendeten oder gefilterten Zeilen auch berücksichtigt werden. Wenn ihr jetzt hier was ausgeblendet oder gefiltert hättet, dann wird das trotzdem mit in diese Statistik einberechnet. Also da muss man dann immer dran denken. Und so habt ihr dann hier eben die Möglichkeit, einen relativ guten Überblick zu bekommen über die verschiedenen Spalten oder halt über die Daten. Ich habe jetzt hier ein relativ simples Beispiel. Aber wenn man da einmal wirklich richtige Daten hätte mit einem richtig guten Datensatz, der dann auch dementsprechend viele Spalten zum Beispiel hat und dann auch Dinge anbietet, wo sich so eine Spaltenstatistik sehr gut macht. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel relativ viele verschiedene Werte habe, bringt das Ganze eher weder weniger, weil ich dann, weiß ich nicht, 50, 100 verschiedene Werte habe. Und da dann hier dieses Diagramm, das hilft eher, wenn, wie in meinem Fall, hier nur 10 verschiedene Beispiele sind, also 10 verschiedene Werte. Oder weniger wären noch besser, weil man sich dann einfach noch einfacher einen Überblick verschaffen kann. Aber so funktionieren die Spaltenstatistiken in Google Sheets. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dem Tutorial weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge? Schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Tutorial online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. und sage mir an.